Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir haben bei der letzten Jahr aufgehört, wo es gerade spannend wurde, denn unser kleiner Bruder macht jetzt sein eigenes Ding. Und mal schauen, was wir jetzt tun können. Und die Ratten sind wieder auf der Insel. Was ist wieder? Du hast nie erwähnt, was, dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davon gelaufen und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch, aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Ja, das glaube ich. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen, aber jemanden zu töten. Selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie wir da. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß, aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Ach, der arme Kleine. Sophia? Sophia? Ja, wo ein ganzes Willkommens-Komitee vermutlich auf uns war, äh... Ich kann ja nichts machen. Auch wenn's leuchtet. Oh, da haben wir noch mehr. Hä? Warum bin ich hier zur Familie? Den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Hier kommen wir nicht runter. Wir haben doch alle einen Knall hier. Vorsicht beim Fall. Ich versuch's. Ach. Das stinkt. Wie lange müssen die Leichen nachher rumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rossige Zukunft für sich. Und Feuer. Burn, Baby. Dich nicht vermissen. Hast du das gehört? Und wir haben jetzt gerade doch vom Sterben geredet, ne? Feuer. Ja, passiert. Oh, jetzt kommen gerade zwei. Hä? Hier versteckt sich jemand. Fakt er zu suchen. Die Alunzen holen wir uns. Was hat er denn jetzt? Okay. Die Alunzen ist völlig verbrannt. Achtung! Ein Ringlinge! Los! Such den Schuldigen! Ich würde sagen, wir gehen da links rein. Um ihn dann zu holen. Probieren wir es mal. Haben wir jetzt eigentlich unseren Ratten-Ding? Ja, geil. Können wir ganz normal auslatzen. Fuck. Oh, scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Quack, 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 quack. Ähm... Verstelle ich? Verstelle? Ich weiß nicht. Ähm... Äh, äh... Feuer. Fuck! Fuck, 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 fuck. Jo, es war alles net so geil. Dann also nicht offensiv. Defensiv. Ähm... Hat es denn da weiter links was? Nee. Ah, nicht zu mir gehen, bitte. Mach das bitte nicht. Gehst du wieder runter oder... Wie ist dein Weg? Bleib da stehen. Okay, dann müssen wir warten, bis er wieder rausgeht. Äh, warum ist jetzt... eher da am... Ja, genau. Geh nach rechts. So, und schnell da runter. So viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Ja, ganzes Willkommenskomitee. Okay. Muss man aufpassen, dass er uns von hinten nicht sieht. Ah, er hat schon wieder getriggert. Komm nicht hier rein. Na toll! Ah... Okay, Weg da hinten runter ist auch scheiße. Dann gehen wir halt irgendwie rechts. Achso, jetzt sind wir hier unten. Ah, siehst du uns jetzt trotzdem von da? Okay. Der geht hier komplett rein. Äh, Neustadt vom Kontrollpunkt, bitte. Das ist jetzt... bisschen kacke. Dann werden wir dich halt unnatzen, hä? Fand an zu suchen! Hä? Ah, hier ist einfach... Ah! Sie haben uns gesehen! Ah! Ah! Wow, jetzt bin ich jetzt richtig schlecht hier. Ähm... Anzünden wäre vielleicht noch eine Option. Oder hier ganz auf die Seite. Scheiße, er der andere... schaut natürlich nach unten. Und er kommt jetzt... Ja, klar. Und er kommt zu mir. Oh, sehr gut. Und ein Topf. Warte mal. Ich kann ja nichts mitnehmen, aber da oben ist einer. Okay, wir warten nochmal. Ah, der Ausguck ist jetzt echt nervig. Und er hier. Okay. Er kommt auch wieder runter. Okay, dann sind wir jetzt hier erstmal... festgenagelt. Ähm... Wir können... hier vorn... hier vorn... und hier vorn mal was produzieren. Hier drin ist auch Glas. Hier drin ist auch Glas. Oh, fuck. Ähm... Ähm... ... ... ... nach hinten rein vielleicht. Hat uns das jetzt was gebracht? Hier runter können wir auch nicht. Oh, mal... ... Spinnensinn hier. Geh mal da rein. Okay, halbwegs safe. So, wo ist jetzt wer? Der ist doch hier reingegangen. Dieser eine oder andere Typ da. Und ich brauche es länger. Ja, okay. Neustart vom Kontrollpunkt. Das ist ein Problem mit dem Typen da oben. Wird man dich erwischen? Die zwei Kollegen nerven jetzt hier. Komm, geh weg, weil ich würde ihn gerne da oben wegschleudern. Ohne, dass er hier umschaut. Wir haben uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Okay. Hauptsache weg von uns. Er ist einer mir jetzt. Der Rest aber nicht. Na, das glaube ich nicht. Boah, kommt wieder rauf. Raufst du jetzt da hinter die Wand? Das wäre voll super. Ah, komm, beweg dich. Ich könnte den eigentlich auch von hinten treffen. Okay, er geht da rein. Okay, er geht da rein. Dann gehen wir mal da runter. Schneid, 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 schneid. Und rein hier. Nochmal die Kiste. Und den Sinn hier. Oh, da ist einer. Bist du mit Helm? Ohne, der ist ohne Helm. Bist du, das wäre ein Kandidat für uns. Bist du, das wäre ein Kandidat für uns. Schnell weg hier. Was ist das? Erwegt den Wagen zur Kapelle. Das ist der letzte. Fahrt die Brücke hoch. Was machen Sie denn in der Kapelle? Schlimme Dinge. Müssen wir da drin? Was ist das? Ähm, nachdem wir jetzt eh schon verkackt haben. Na komm, ich mach uns sowieso kalt. Wer ist das, Basta? Okay, schnell hier weg. Schnell, 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 schnell. Scheiße, wir können hier gar nichts machen. Unmöglich, ich kann nicht zu dir. Hast mich wohl vermisst. Okay, schnell laufen. Scheiße, das war total falsch, was wir hier gemacht haben. Okay, schnell hier durch. Ja, das wird durchgefallen. Von der Benotung her. Ja, scheint so. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich da vorn. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Oh, Appletbank. Oh, oh. Hau, Lichet. Bitte, nimm ihn runter. Geht's dir gut? Danke. Verdammte Drecksgerade. Hugo, es ist vorbei. Bitte beruhig dich. Nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen. Das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja. Gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Ja, ich versuch's. Gehen wir weiter. Oh, hey, das ist wieder schön dunkel. Und? Schon alle überprüft? Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen. Ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey! Öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Im Karren? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt! Shh! Ach, das wurde aber auch Zeit! Jetzt! Ist das so eine schlaue Idee? Oh, das wird Ratten-Action hier werden. Ah, wo steckt sie nur? Ja, sie findet schon einen Weg. Was? Sie kommen! Oh nein, nicht jetzt! Oh, doch. Zu früh. Sie sind zu früh. Macht schon! Bewegt euch! Außer, hier rauf! Setzt den Graben in Brand! Wir brauchen Zeit! Ich werde zur Kapelle gehen! Ich schließe die Blutlinie! Die Blutlinie? Ähm. Oh, hi Sophia! Was denn? Entweder es klappt oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Das Ding ist unglaublich. Das ist ja geil. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Okay, sehr geil. Geile Mechaniker. Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen. Ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Ja, Moment. Die Raten überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Wie kann ich dir im Prism einen Lichtkreis um sich erzeugen? Halt der Alt! Ich drücke die Ziele auf ein Feuer. Sophia, warne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Ja. Da hinten hat es auch eine Kiste, die holen wir uns selbstverständlich. Geht hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. Komm, hör mal auf damit. Aufhören. Okay, da hinten hat es auch noch was. Kannst du uns dahin prismen? Da machen wir nicht sprechen. Ja, es dauert ein Pfeil. Ja, ich will sehen, was hier drin ist. Und weiter oben ist irgendwie besser als wieder unten. Boah, dann mussten wir hier sowieso öffnen. Nein, ich brauche ein Messer! Aber wir können Feuer schon mal entfachen. Und da hinten auch. Gut, gehen wir wieder runter. Schade, dass ich jetzt kein Messer habe. Ähm. Licht brechen. Geht das von dem aus? Vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber so lang es funktioniert. Geht nicht so weit weg. Es wird Sophia, warn uns den Weg. Bleibt bei mir. Oh, ich kann gerade instant wechseln. Gut, wir machen Fortschritte. Sie könnt ihr so ruhig bleiben. Wir kennen das schon. Ja, wollte gerade sagen. Du kannst damit immer kurz aufhören. Geht klar. Okay, und dann hier einfach drüber, oder was? Komm mal hier den. Ja, ich bahne uns einen Weg. Kommen wir da einfach so drüber? No. Ähm. Vielleicht hätte man zuerst Extinguus machen sollen, oder? Kannst du noch mal Licht brechen, bitte? Und... Warte mal. So ist was nicht. Ignifer. Extinguus. Ah, fuck. Es geht nicht. Sie muss erst aufhören damit. Okay. Hör auf. Das hat nicht den Effekt gehabt, den ich haben wollte. Jetzt haben wir den Effekt. Geht doch. Oh, sie kommen durch. Ja, diese kleinen Schmarotzer. Ja, hoffentlich reicht das. Aber ja, jetzt haben wir sie innen drin. Wir sind da. Alle hergehört. Haltet eure Stellung und achtet auf die Gräben. Milo, du kannst loslegen. Sie sind auch hier. Vorsichtig. Dich. Haltet die Randen so lange wie möglich von der Kapelle fern. Verstanden. Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird der tun? Okay. Ihr habt die gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Aber der lebt doch hier noch, oder? Die Läschdussrannen wurde also dorthin gebracht. Ja. Gehen wir rüber. Okay, keine Ahnung, was mit ihm da ist. Schön alles mitnehmen. Ah, da hinten sind auch welche. Die haben aber einen Helm auf. Alle dachten, Milo wäre verrückt. Aber sieh nur. Sie sind zurück. Es funktioniert. Es funktioniert zu gut. Sie haben gestern einige von uns erwischt, aber es waren nur halb so viele Rappen. Ich will nicht wissen, wie es ist, lebendig gefressen zu werden. Oh, den... Der Sohn wird uns von dem Blut befreien und Reichtum bescheren. Werden wir noch sehen. Sie werden alle sterben. Das kann nicht gut enden. Mit dem Feuer stimmt das nicht. Ich seh mal nach. Schade, ich dachte, die Ratten würden ihn erwischen. Ja. Warum gehen die da nicht rein? Das hier ist noch schlimmer. Moment. Schon wieder? Das ist aber nicht wirklich geholfen. Ah, toll. Ja. Neustart vom Kontrollpunkt. Was, den ganzen Abschnitt Neustart? Ähm. Ich kann jetzt nicht wirklich was machen. Oh, nein. Ja. Also doch, den ganzen Abschnitt neu starten. Oh, no. Oh. So lange wie möglich von der Kapelle fahren. Verstanden. Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird ihr tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja. Gehen wir rüber. Haben wir hier unten auch Kollegen? Ja, Tatsache. Ähm. Wir müssten den da unten irgendwie hinlocken, ne? Ah, wird er jetzt angegriffen? Scheiße. Yes. Sie gehen auf ihn. Sie wissen Bescheid. Sehr gut. Okay, ich kann es aufhören damit. Cool. Halbwegs safe hier unten. Oh, da haben wir ja Pfeile. Okay. Und Pyrite. Kiste, die holen wir uns auch. Bringt uns das was, wenn wir hier rausgehen? Ah, ich hätte so gern den Pfeil da hinten. Ich glaub, den würd ich mal noch irgendwie holen. Komm, das holen wir uns hier auch noch. Und den Pfeil. Je mehr Pfeile, umso besser. Bitte macht's keinen Blödsinn. Was, nur verwerten? Ah, Mann. Na gut. Dann geht's da vorne raus. Also gut, überqueren wir wieder den Grab. Ja, beziehungsweise... Das da mit... Extingus. Dann holen wir uns das hier. Ja. Das ist unser Weg. Schaut, sie gehen auch rüber. Nassi, sie können uns helfen. Sie haben den Grab überquert. Scheiße, nehmt die Fackel nach oben. Das treuert sie auf. Das war's. Wir müssen am Fallgitter vorbei. Was macht Bilo? Sie kommt uns viel zu nah. Als Gefangene musste Elia genau denselben Weg gehen. Was war mit Basilius passiert ist? Er war traurig. Elia ist die Antwort, nach der wir suchen. Ja. Meinst du? Okay. Da rein ist keine Option. Da drauf. Ich probiere mal, dass wir Todes machen. Irgendwo da hinten hinschmeißen. Das war zu weit. Ach, Kinder. Das ist jetzt... Wieso geht's ihr jetzt da nicht weg? Mann. Dich kann ich ja auch nicht nehmen jetzt. Jetzt hab ich ein Problem. Okay. Da macht was anders. Nein, jetzt gehen die da nur rauf. Ernst jetzt? Jetzt gehen die da nur rauf. Nein. Jetzt gehen die da nur rauf. Mann. Hä, wie komme ich denn jetzt hier weg? Muss ich jetzt doch hier rein? So, schnell hier durch. Okay, das hat funktioniert. Wir könnten da Feuer machen. Dein Feuer können wir eigentlich ausmachen. Warte mal. Da ist irgendwas. Warte mal. Extingos. Da hinten steckt ihr. Na warte. Nice. Ähm. Kannst du das Licht hier wieder bündeln? Wie geht das? Da mit dem da. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Beziehungsweise wir nehmen uns hier da dieses gelbe Zeugs da noch. Ah, und von da. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Oh, auf die andere Seite. Zu dem hier. Ähm. Okay, wir brauchen das Extingos gerade noch mal. Machen wir mindestens zweimal. Komm mal ein bisschen da weg vom Feuer. Nice. Noch einer weniger. Okay. Ist das cool für uns, dass wir... Oh, nein, 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 nein. Hört's ja bloß auf. So, du machst mal hier Lichtbrechen. Weg weg, Sophia. Bleibt bei mir. Hätte ich jetzt aber nicht aufmachen können, gell? Ja, natürlich nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Wir gehen mal da bei dem Tor rein. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Da kommen wir nie durch. Wir müssen es hochziehen. Ja, aber da hat es gerade geleuchtet. Ja, okay. Also, hochziehen. Irgendwie da hoch. Oder da hinten hoch. Meike, wir müssen hier noch mal da hinten rein. Ähm. Komme ich von hier zu dem Feuer hin? Mach mal bitte noch mal Lichtbrechen. Was? Nein, nein, nein. Zu mir. Knappe Angelegenheit. Hat uns jetzt echt nicht viel gebracht hier. Holen uns da mal den Stock. Da hat es auch nichts Interessantes. Wir draußen vielleicht. Oh, da können die Ratten rauf. Schnell weg. Wo ist ich denn hin? Ach, da oben geht es auch noch rauf. Haben wir hier Leute? Wir sind über dem Tor. Die Kurbel müsste hier sein. Oh, da hat es wieder Materialien. Gut, einmal Tor aufmachen, bitte. Dann mal los. Ja, komm. Amicia, Milo ist direkt hinter dieser Mauer. Ich weiß. Wollte nur, dass du bereit bist. Nicht wirklich. Aber gehen wir. Na los. Wander aufboden. Das Tor ist ab. Was ist los? Da waren noch mehr. Es gibt kein Zurück. Wir sind zu nah dran. Was, wenn nichts in der Kapelle ist. Versprich mir, dass wir zurück zu Mama und Lukas gehen. Ich. Ja, versprochen. Na gut. Und tschüss. Das waren alle. Jetzt wird es einfacher. Das war leicht überdreht, oder? So lernt es. Ja, ganz leicht. Gehen wir einfach weiter. So, komm. Schneller, 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 schneller. Gib Gas. Gas, Gas, Gas. Schnell, 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 bitte. Gib Gas. Wir haben es geschafft. Was? Nein, 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 nein. Oh, wow. Okay. Liebe Leute. Wir sind wieder an der Zeit. 37 Minuten. In der nächsten Episode geht es weiter. Und dann mal schauen, was uns da drinnen in der Kapelle so erwarten wird. Also, bis denn dann. Tschüttle. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüttle.